Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist ein reines Welt-Patent Es ist ein reines Welt-Patent Es ist die Eisi-Lette Was ist das denn bitte? Was ist das? Nee, 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 pass auf Schön dort nicht hier rüber halten Es ist eine echte Eisi-Lette Eine reine Eisi-Lette Buddel, Grip, Heißwasser rein Heißwasser Und eine Lette oben auf Noch ein bisschen mit Fußpassform ausgeschnitten Und jetzt hier ist es doch Glatteis draußen So, da gehst du über Das Ei, das löst, muss man sagen Jedes Straßeneis löst es an Und da kommt kein Glatteis gegen an Heißwasser drin im Fuß Gehst ganz normal über die Straße Und dann, ja jetzt ist es schon ein bisschen nachgekühlt Ich bin ja von zu Hause gekommen Aber für den Weg reicht es jetzt, muss man sagen Für den Weg reicht es, naja Und im Sommer, mein Ingo, Mann Es ist eine Welterfindung Machst du Kaltwasser oder was? Machst du Kaltwasser rein ins Gefrierfach Nach einer Stunde ist es schön fest Und dann kühlt es ja durch die poröse Schaumschicht Von der Schumi-Lette oder von der normalen Lette Das ist jetzt eine normale Lette Ich wollte die Schumi-Lette nicht zerstören Kühlt ist, muss man sagen, den erhitzen Spaziergängerfuß Das hat schon reichlich was gebracht Ja, dann ist ja schön Es ist nur hier an Rechts ist es ein bisschen rumgeruffelt Das muss ich nochmal nachmachen Das hält jetzt nur Na ja, muss schon irgendwie gehen, ne Das ist doch mal bei Fuß Aber sag mal, die Geräusche sind ja nicht so schön, ne Ach, wenn man auf der Straße aufläuft Weißt du doch, sind ja die Autos Der Kröte hat Karneval, Karnevalfeier Er hat Karneval? Ja, die Familie ist zu Besuch Er hat ja Familie, die irgendwie aus dem Rheinland sind oder was Hat er neulich erzählt Und irgendwie kleine Feier und sowas Ach, er hat ja glaube ich Ich glaube Jens, sein Sohn, ne Der hat doch irgendwie Wie ist das denn da um Achtecken? Da ist doch irgendeiner so Ein Schwager oder was? Nee Irgendeiner ist aus Köln und der hat doch Verwandtschaft Das stimmt, das hat er mal erzählt Naja, die heile Familie ist da irgendwie Ach, weil heute ist Karneval, ne Stimmt ja überhaupt Ja eben Ihr guckt, was im Fernsehen drinnen gesehen Die Jecken sind los in Köln, I love, ne Ja, ja, ja Und Mainz, wie er singt und kreft und lacht und macht und Ja, ja Und noch alles, ne Aber er wollte eigentlich noch kommen Es ist für mich ein bisschen eine merkwürdige Unmuggeligkeit Muss ich ja wirklich sagen, ne Naja Ja Auch weißt du, wenn du da nicht hinguckst, merkst du das gar nicht so richtig, ne Ich weiß gar nicht, wieviel Uhr es ist, du Die Uhr geht gar nicht bei dir hier, ne Oder geht die doch Es ist 5, 6,5 Achso, 6,5 ist schon, ne Jetzt hier aber weiß was Jetzt mal hier das wichtigste Thema Donald Trump ist das Stechwort, ne Ach Gott, wie auch Hast du das bitte mitgekriegt Ja, wer hat das denn nicht mitgekriegt Außer, außer Da hat ja wohl gar keiner mit gerechnet, ne Ne Da hat keiner mit gerechnet, ne Und weißt du, was ich als erstes eigentlich gedacht hab Hm Dass er vielleicht jetzt mal sagen Um die Wahl zu gewinnen jetzt Dachte ich als erstes, dass er wahrscheinlich eine Glücksunterhose angezogen hat Der ist ja auch so ein bisschen so ein Spinner, ne So wie jetzt hier mal sagen, hier Florian Silbereisen Der hat doch immer ne rote Unterhose an, wenn er moderiert Als Glücksunterhose, damit alles prima läuft Hat er das schon mal gezeigt, oder was? Nö, hat er mir erzählt Und da hab ich gedacht jetzt, das war aber nur im Zusammenhang Dachte ich, dass Donald Trump, weil das kann ja kein Zufall sein Dass jetzt mal sagen, dass hier Ein Tag vor der Wahl wurde ja die Unterhose von Eva Braun versteigert Und da hab ich schon gedacht, er hat sich die vielleicht ersteigert und angezogen Als Unterhose der Macht Weißt du, die Unterhose von Eva Braun Ja, sicher Wer hat die denn gehabt? Wen hat die denn... Na, früher mal Eva Braun selber Ja, das ist mir klar, aber nach ihr meine ich jetzt Ich weiß das nicht, aber ich dachte, vielleicht hat er sich die Weißt du, mit der ist so ein bisschen merkwürdiger Vogel, ne Ja Aber weißt du, was mein Engel meint Ich war's jetzt mal ganz, ganz ehrlich unter uns Ich glaube, dass das sowieso von Form des Sünden alles abgekatert war Ich glaube, dass das sowieso alles inszeniert war, von Anfang an Das ist eine riesen Show von Trump gewesen Seine, seine Über die ganze Wahlkampf, alles, 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 die ganze Wahl Das ist alles erfunden Weil er war doch früher auch im Showgeschäft drin mit diesen Wrestling Shows Ja, er war sowieso ja, er hat ja auch diese andere Sendung im Fernsehen gehabt, da sie Apprentice Wo er immer... Wo er Leute rausgeschmissen hat, ne Ja, na, vor allen Dingen erst mal eingestellt, um sie dann... sonst kann er sie ja gar nicht rausschmeißen, ne Ja, aber weißt du, beim Wrestling ist das ja so, dass das von vornherein alles abgesprochen ist Auch der Verlierer steht von vornherein ja fest Ja, natürlich Das weiß ja jeder Ja Also jetzt bis auf Tim Wiese vielleicht, dem muss man das vielleicht irgendwann mal erzählen Dass er gar nicht wirklich selber gewonnen hat Ja Aber das ist eine andere Geschichte So, und deswegen hab ich nämlich... bin da aufgekommen Weißt du, ich hab mir das ja alles genau angeguckt So ist es ja nicht Ich bin da aufgekommen, weil einer von seinen ganzen... da wohnt ja überall, ach die Bilder Er mit Mike Tyson, er mit Roy Jones Junior, so ein Boxer, er mit den ganzen Wrestler The Giant, The Giant, da gibt's einen Wrestler, The Giant, das ist einer von seinen besten Buddys Aha Und sein allerbester Buddy ist ja Halk Hogan Ach echt? Ja sicher Ach nie Ja sicher Ach nie Halk Hogan Halk Hogan, ja, ja, ja Weißt du, so und der hat sich... Den mit diesem Bert, ne Bitte So und der hat sich nämlich verblebbert vor einiger Zeit Obwohl er gesagt hat, er weiß noch nicht, wer in seine Mannschaft spielt immer, wenn er Präsident wird, so überall tätig wird Und da hat aber Halk Hogan hat sich verblebbert Der hat nämlich in ein Interview gesagt, hab ich gelesen in der Zeitung, dass er, wenn hier Trump Präsident wird, ne Dann wird er Vizepräsident Nein, das ist echt dein Ernst Hat Halk Hogan gesagt Hat er gesagt Du kannst doch nicht Halk Hogan, kannst ihn doch nicht nach irgendwo hinschicken Warum denn nicht? Guck dir den doch an, nehm mal an Ja Arnold Schwarzenegger ist auch Gouverneur geworden, hat auch keiner mit gerechnet Ja, aber der sah trotzdem noch ein bisschen anders aus dabei, wenigstens Ja, aber es ist doch auch so ein Spaggot Es ist doch auch nur einer mit den Muggis und so weiter Ich halte das absolut für realistisch Also das ist für mich noch was anderes, äh, äh, Schwarzenegger, weil, ähm, der hat immerhin... Was hat er denn immerhin? Es ist ein reiner Terminator Er wird wahrscheinlich jetzt unter Trump Das wird es nämlich wahrscheinlich sein Deswegen glaube ich, ist das alles abgekartet Ich glaube auch, dass Hillary von Anfang an, das stand schon längst fest, dass sie Verliererin ist Die ist als Verliererin engagiert worden von ihnen Wie beim Wrestling auch, die wusste von vornherein, dass sie verliert Ach, von Trump selber jetzt? Ja, sicher Das ist alles nur Showtime Das macht die wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wie jetzt Ekehäßler, muss ich sagen, ins Dschungelcamp geht Das ist genau das gleiche in grün, die brauchen alle Geld, die Leute Wer geht ins Dschungelcamp? Ekehäßler jetzt, muss ich sagen Ekehäßler? Ja, sicher Ach so, das ist jetzt Weltmeister jetzt Weltmeister jetzt Das ist doch so ein Lütter, ne? Mhm Was heißt das, das ist ein Lütter, das ist ein Weltmeister Ja, aber er ist Lütter Immerhin ein reiner Weltmeister, der geht ins Dschungelcamp Das ist auch egal Weißt du, ich bin fest davon überzeugt Donald Trump, jetzt muss ich sagen Seine Mannschaft, die er jetzt aufstellen wird Das sind seine ganzen Wrestling und Hau drauf und Schluss Buddys Die werden alle die ganzen Ämter besetzen, so wie er geredet hat Amerika muss wieder stark sein Wir wollen wieder so sein wie früher Und die ganzen Sprüche, ne? Ja, aber trotzdem, er kann doch nicht hier Wenn er jetzt Hulk Hogan und alle diese Leute hat er ja Dann hat er ja gar keinen, der da ne Schickung hat Ja, vielleicht Das glaube ich nicht Vielleicht im Hintergrund Aber die Leute, die er ja nach vorne stellt, mal sagen Das sind doch alles, werden das alle Hulk Hogan, jetzt mal sagen, kann man ja mal durchspielen Hulk Hogan wird jetzt mal sagen Vizepräsident Ja, scherzlichen Dank Dann will er ja Rüstung Er hat ja gesagt, er will die Steuern senken Ja, und jeden Dollar, den er einnimmt, hat er gesagt Will er gleich wieder in die Rüstung stecken Weil er will, dass Amerika wieder stark ist Und so weiter und so weiter Gott sei Dank So, jetzt mal sagen, wird er ja die Dinger nun auch nicht Die Panzer und was er da alles macht Denn dafür das ganze Geld Das wird er ja nicht haben, um es in die Garage zu stellen Da wird er ja nun auch ordentlich mit rumklingeln Da bin ich aber ganz sicher Oder ein Flugzeugträger, der wird ja auch nicht dafür da sein Das sind Leute Wasserski fahren Nee So, jetzt braucht er, dafür braucht er ja einen Rüstungsminister So, das wird Arnold werden Da bin ich ganz sicher Verteidigungsminister ist das doch immer Ist das doch das Wort Rüstungsminister Das ist einer, der die Waffen beaufsichtigt Das gibt's ja Das wird Arnold sein, als reiner Terminator Er kennt sich ja aus mit den Gewehren und so weiter Sind die denn, äh Hier sind auch dicke Buddies Und der war immerhin mal Politiker Also lauter die starken Leute werden da reinkommen So, denn wenn Diesel, der wird der Verkehrsminister Ne? Wegen jetzt mal Sorgen Weißt du? Weil er schon mit den Namen Allein schon von den Namen Dann ist das eine andere Glaubwürdigkeit Ja, ja So, Verteidigungsminister wird wahrscheinlich Rogi Und sein Stellvertreter Rogi 2 Ne? Wer ist denn Rogi 2 ist er doch selber? Das macht doch keinen Sinn, Ditsche Er ist doch selber, Rogi 2 Und Rogi 3 ist er auch noch Dann ist er eben alles 3 Ja, aber er ist ja nur einer Du kannst ja ihm nicht sagen, er soll der sein Und auch noch ein anderer Aber er kann Ich dachte immer, das ist noch ein anderer Nein, wieso Der sieht doch gar nicht mehr so aus wie der erste Rogi Ja, wieso Der ist ja auch älter geworden, Ditsche So wie du auch Du siehst auch nicht mehr aus wie knusprig wie vor 20 Jahren Da brauchst du dir gar nicht einbilden Dann bilde ich mich ja gar nicht ein Was hab ich denn damit weiter zu tun? Aber jetzt weißt du, wenn er jetzt mal Sorgen Sagen wir mal, wenn er das jetzt alles da reinsteckt Jetzt, ne? Wenn er das jetzt alles da reinsteckt Mal Sorgen in die Rüstung und in die ganzen Werken Dann wird er ja natürlich auch mal Sorgen Wird er wieder irgendwo in den Irakkrieg Dann wird sich ja schon stabil Du wird sich ja freuen Endlich wird mein Lebensweg weitergeführt So, ne? Und dann wird das wahrscheinlich auch gar nicht so sein So wie sonst normalerweise Dass man eine normale Kriegserklärung übergibt Dann werden sie das ja schön bisschen nicht aufmotzen Weißt du, dieser Irakkrieg wird ihm präsentiert von Coca-Cola Zum Beispiel Und dann heißt er auch irgendwie Heißt das auch nicht mehr normal Irakkrieg Sondern schlag den Trump Ne? Sowas in der Art wird er machen Da sieht er gleich so eine Sendung auf So ein bisschen auf Auf hier, hey Leute Ist doch alles lustig und so, ne? So ein bisschen mehr so in der Art Weil Amerika soll ja stark werden wieder Hat er ja gesagt Great soll werden Great und stark Er hat gesagt wieder wie früher Das wird er auch sein Bauminister Dann nimmt er den Bob der Baumeister Ist er auch ein Amerikaner Denn das ist so das Erste was er machen wird Dass er da erstmal Er will ja bauen Er will bauen Er sowieso Eigentlich will er von Haus aus nur bauen Weil das ist ja das Einzige Wo er ein bisschen Ahnung von hat Bitte? Es ist ein reiner Baulöwe Ein reiner Baulöwe Deswegen hat er ja auch gleich gesagt Hier Straßen, Brücken Und das alles will er gerne Ja und das als aller Was ist da drin? Und als allererstes, ne? Wird er ja diese Mauer Ja Hat er gesagt Genau Wo die Mexikaner für bezahlen, ne? Genau Das wird er als erstes bauen Aber weißt du was ich glaube Mein Engelmann Ja Er sagt ja immer Er will nur, dass die Mexikaner So ohne weiteres reinkommen Aber ich glaube er will das sowieso nur machen Weil er hat doch mal Mit diesem Pornomodel was gehabt Diese Teeny Tequila Tina Tequila ist das Steckwort Ach Und er will wahrscheinlich Tina Tequila Aha Und die ist ja wie der Name schon sagt Ja Mexikanerin Tequila, ne? Ja, naja das kann auch ein Künstlername sein, ne? So ist das nicht, ne? Na ja, wenn die jetzt mal sagen Rita Riesling heißen würde, würde sie aus der Pfalz kommen Also man kann es ja schon ein bisschen vom Namen her einschätzen Wahrscheinlich sieht sie so ein bisschen aus so auf jeden Fall So, dafür baut er wahrscheinlich die Mauer Damit die Frau da nicht so mehr zu ihm kann jetzt und so weiter Glaube ich, um sie abzuhalten Was für sie? Ja, sicher Dass sie ihm nicht nachstellt Damit sie Schwierigkeiten hat zu ihm zu kommen Achso, weil er sonst mit seiner Mit seiner Ollen Ärger kriegt oder was? Wahrscheinlich, ne? Er hat ja die Macht Er kann ja jetzt bauen was er will Dann will er ja wahrscheinlich auch Weißt du was er will Er hat ja auch immer Angst Dass da irgendwelche Einwanderer kommen Ne? Ja, klar Dann wird er wahrscheinlich Ihr weiß welcher Staat, mal sagen Am meisten denn dafür Ja, seiner Meinung nach gefährdet Das ist Hawaii Weil das ist ja mal so Irgendwie so eine Insel Wofür? Dass da die Einwanderer Das ist ja neu gekommen Von der See-Seite aus Da wird er wahrscheinlich Einen Wassergraben drumherum bauen Wieso? Da ist doch schon Wasser Oh, das ist doch eine Insel Was willst du denn da? Wie soll das? Da ist doch Wasser Ist doch sowieso schon Wie bei einer Ritterburg Wasser graben Ja, Wasser graben Wie? Wasser? Wasser graben? Wie? Das ist ein Meer sowieso Das ist doch Meer Ditsche Da musst du ein Gebirge drum bauen Das musst du machen Aber Wasser bestimmt Bauen wird man irgendwo Das war nämlich In der Zeitung abgebildet War doch hier Mal sagen Diese Wo ist das Wo diese amerikanischen Präsidenten In Stein gehauen sind? Ja, dieses Ich weiß Warte Mount Mount irgendwas Ich komm jetzt nicht drauf Mount irgendwas Irgendwo Da sind vier Präsidenten Ja, ja, ja Und er sieht sich ja Als neuer Gründerforder Hat er ja gesagt Das ist praktisch wie Amerika Jetzt sozusagen Reloaded Nochmal auf neu gemacht Und so weiter Da wird er wahrscheinlich Da wird er wahrscheinlich Mit seinem Bock Der Baumeister hinfahren Und dann wird er mal sagen Den Kopf von George Washington Nimmt dann Schwingschleifer mit Ne? Das ist ja der Gründerforder Von Amerika Und dann schleift er den So lange ab Bis er ihn sozusagen So hinkriegt Dass er aussieht wie er Ja Weißt du Er will sich doch ja auch verewigen Ne? Dann muss er halt Hat er das gesorgt Dass er da auch in den Berg War Das wurde in der Zeitung abgebildet Und er sieht sich ja auch dann In der Reihe Weil er ja Amerika jetzt wieder Neu zu all der Stärke führt Und dann wird er wahrscheinlich Nur Weil George Washington Hat ja mehr so Curlylöckchen Hier an der Seite gehabt Die werden abgeschliffen Und dann fehlt ja vorne Die Tolle Ja, wie willst du die denn dann? Aus wahrscheinlich Er hat ja wahrscheinlich Noch übrig den Mafia-Beton Aus dem er seinen Tram-Tower gebaut hat Damals Wieso Mafia-Beton? Haben die gesagt Habe ich in der Zeitung gelesen Das waren irgendwelche Irgendwelche Beton Irgendwie den er von Irgendwelchen Mafia-Leuten Gekauft hat Und so weiter Achso, wo die Mafia-Leute Sonst immer die Die Füße reinstellen Und dann Man weiß es nicht Da hat er ja wahrscheinlich Noch größere Mengen Davon über Und daraus Das wird dann oben Wird ne Kiebel gebaut Und dann wird die Tolle Gebaut Und da hinein Verankert Und dann muss er Wahrscheinlich Wenn er das abschleift Dass er da sozusagen Sein Hörnchen draus macht Muss er nur auffassen Dass da nicht Irgendwelche Mafia-Bosse Mit mir da rausgepurzelt kommen Ne? Jaja Das kann ja passieren Das wäre natürlich Unangenehm Jetzt vom Bild So, aber Weiß was Dann wird er ja wahrscheinlich Das Weiße Haus Umbauen Das Weiße Haus Hat ja 132 Zimmer Damit kommt der Mann Ja überhaupt nicht aus Das ist meine Meinung Weißt du Er hat ja alleine Da geht es durch die Türen Das sind ja 18 Loch Verballert Glaubst du dass er da weint Und so Ich will meinen Ball wieder haben Der hat 2 Dollar gekostet Das interessiert den doch gar nicht Aber er will bestimmt Da muss du mal so rum denken Ich denk so rum Aber er wird bestimmt da drinnen Auch spielen wollen Da kommt Ich bin mir ganz sicher Dass die mit Sicherheit Werden die Das ganze Er wird die Kuppel abbauen Die Räume wird ja Das wird ja Das Oval Office Wird ja gar nicht ausreichen Dann wird er das Dach abbauen Und dann wird er in die Höhe bauen Weil Türme kann er ja bauen Achso ja Dass er da so ein Hochhaus Ja sicher Dann heißt das auch nicht mehr Das Weiße Haus Sondern das Weiße Hochhaus Ja das 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 kannst du Das Weiße Hochhaus Das kannst du Das kannst du haben wahrscheinlich So aber weißt du Was ich mir jetzt überlegt habe Die große Problematik Hat schon Franz Josef Wagner Von der Bild-Zeitung geschrieben Wenn die Merkel Jetzt mit ihnen sprechen soll Was ist das Krödi Ja du siehst ja Guck mal bitte wie er aussieht Möge die macht mit ihm Habt ihr Karneval gefeiert oder was Ich hab's schon gehört Ja Jenser Na Das ist ja mal ne Überraschung Was gibt's da denn zu lachen Lass den armen Mann noch Muss doch nicht lachen Das sieht doch muckelig aus Ne Ne Oha Mach mal ein Bierklopf Für die Jungs du Das ist ja ne Sache Na Ja die Verwandtschaft aus Köln ist da Die Verwandtschaft aus Köln ist da Das ist ja schön Das hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen Na ja stimmt Du siehst aber gut aus Ja ich hab den Vater mal vorbeigemacht Ja Ja das ist ja Soll ich Krödi ein Bier bringen oder gibst du ihnen eins Danke Ich geb ihm eins doch Wir sprechen gerade über Donald Trump und jetzt weiß was Hier Franz Josef Wagner von der Bild-Zeitung hat schon geschrieben Die Merkel jetzt ne Sie hat ja nen ganz anderen Wortschatz ne ganz andere Wortwahl und ein ganz anderes Denken Wie soll die denn mit dem Mann irgendwie auf Augenhöhe reden und Deutschland repräsentieren Das wird hier vorne und hinten nicht funktionieren Ne was so wie soll sie das machen Ja Ich mein sie kann ja sowieso nicht Englisch davon mal ganz ernst Aber das hat damit schon nichts zu tun von Niveau jetzt her alleine Die Politiker die wir hier haben die haben doch Ich sag jetzt mal vorsichtig das sind doch nicht so ne Prollenhausen wie der Trump Nö nö von also von da her natürlich nicht das ist klar Und deswegen dachte ich nämlich jetzt Weißt du sie sind doch gerade dabei einen Kandidat zu finden für die Bundespräsidenten Und da geht es ja immer hin und her und immer sagen sie ne und sie haben doch doch keinen Und der eine sagt hier und der andere da Jetzt sollte das heute entschieden werden War wieder nicht Gabriel war krank Na Ja Sagt man So und jetzt weiß was ich glaube Die haben nämlich nur abgewartet was da jetzt passiert in Amerika Mit Trump Ja Und jetzt überlegen sie was für einen Kandidaten sie finden Wen sie denn da immer hinschicken können Der da mal halbwegs auf Augenhöhe mit dem Trump auch reden kann Weil ein von uns ist so ein Steinmeier der arme Mann Was soll denn der da hinfahren Der wird ja mit denen gar nicht reden können Du brauchen sie ja auch irgendwie so ein Hirni Weißt du Was für ein So ein Hirni brauchen sie So ein Hirni ja So ein Hirni ja So ein Hirni ja das ist wahr Das ist wahr Überlegen sie jetzt Dass sie doch wahrscheinlich mit dem Trump viel besser reden Wenn wir einen Bundespräsident haben So auf Augenhöhe So mehr oder weniger Also auf niedriger Augenhöhe Auf niedriger Also das muss halt einer sein der auch pöbelt Ohne dass irgendwas passiert Der soll beleidigen können Er soll nur sorgen auch alles mögliche lügen und so weiter Ohne dass das Konsequenzen gibt Frauen 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 Ja Find er auch Weiber Muss er Muss er Dann immer immer Er muss auch reich sein natürlich Ein Showman muss das sein Einer der im Fernsehen auch im Besorgen schon Erfahrung hat Ne Ist gar nicht so leicht zu finden Ne Wer soll das sein Ja Wen beleidigt man jetzt am wenigsten Nein Die der Bohlen Ich dachte Ich dachte Die der Bohlen Ja das kommt hin Ja das kommt hin Ja Das kommt hin Aber der kann natürlich auch kein Englisch Ne Das ist scheißegal Aber weißt du es gibt ne ganz andere Problematisch Ne 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 Die von Bohlen Wieso die Die passen nicht zusammen Die First Ladies müssen auch zusammen Wer ist denn das überhaupt von Bohlen Die Ja eben Wenn er jetzt mal sorgen Guck mal diese Frau von Trump Wer ist denn das aktuell Hast du die Frau von Trump Ne Melania Ja So das ist ja auch ein schnicki schnacki Model Mit allem drum und dran Und mit hier mal sorgen weiß ich nicht was auch alles Mit hier mit 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 Schönheitsoperationen und sowas alles So da brauchen sie Brauchen wir ja ne First Lady die dann mit ihr auch mal zusammensitzt beim Testchen Tee Und dann mal schön die Handtasche für 30.000 Mal sagen gegeneinander vergleicht auch die ist aber schön Und zeigen sie mal wo haben sie denn hier das Bohlen Ach das ist ja fein und so Und da mit so einem Bohlen ist ja wenn er jetzt wenigstens noch mit Nadeln Oder so zusammen wäre dann würde das ja halbwegs funktionieren Das würde gehen Würde wir eigentlich ne von daher Kann auch kein Englisch Ja Aber Nadeln ist nicht mehr und Feldbusch ist auch nicht mehr Nee Und die sind Brünerin Das passt auch nicht Ja wie so eine andere Haarfarbe kann sie ja wohl haben Ditsche Nun wollen wir die Kirche im Dorf lassen also Aber wer könnte das denn sein Also muss auch so eine besemmelte Frisur haben Muss ein Pöbler sein Kohle gemacht Im Fernsehen aufgetreten Ein reiner Deutscher Ja für ihn jetzt Ja das ist ja klar Hast du ja schon gesagt Dieter Bohlen Aber sie jetzt Aber genau Es muss auch noch eine passende First Lady sein Ja Jenser Wer kann das sein Weiß man nicht ne Heidi Klump Heidi Klump Aber sie ist ja Die kannst doch nicht Dieter Bohlen und Heidi Klump Verheiraten Nein Die wohnen dann im Schloss bewütet Machen die doch nicht Da ist die auch zu schlau für glaube ich Also würde ich sagen Glaub das Robert Geis Robert Geis Die Geisen Die Geisen Bitte Die Geisen War es nur sie oder Nein Beide Welt Das ist Welt Achso Die Geisen Robert Geis und Carmen Geis Bitte Bundespräsident und First Lady von Deutschland Ja 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 Aber das passt Das passt Das passt wirklich Das passt Ich glaube die hätten auch Böcke drauf Da jetzt mal von abgesehen Die hätten mal Böcke auf Das würden die machen Die anderen wollen ja alle nicht Von daher Ja Dies würden Ich muss noch mal los Ja Ich hole die nachher ab Okay Dann mach das mal gut Jenser Mensch doch Hau rein Bis später Alles klar Tschüss Tschüss Du weißt was jetzt hier bei Kärgers ne Er hatte doch sein Gedächtnis verloren ne Ich weiß Die haben ihn doch dann noch zusammen Er ist doch noch mal verprügelt worden Hast du doch erzählt Weil er so aussah wie so ein Clown Ja das ist ob er ist Wir haben ja erst schon wieder zu Hause Und da haben wir hier mit Herzblatt gespielt Weil ich hab versucht hab ihn sozusagen an eine Liebesmuggelei Von seiner Frau wieder zu erinnern Dass er seine Frau erkennt Und das hat aber nicht funktioniert Und jetzt hab ich ihr aber vorgeschlagen Weißvers Sie soll Moment mal Da hat er ja doch Giovanni Hat er sich doch ausgesucht Ja sicher Das war ja voll daneben gegangen Ja Und jetzt hab ich ihr vorgeschlagen Wenn du das in die Faden auf Dann klappt das auf Und dann sieht er auch gleichzeitig Es duftet Und er sieht den Ehering Und dann hat er noch sozusagen zwei Zwei Auslöser Wo hast du den denn hier Ja 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 Und dann geht durch den Magen Duft Und den Ehering Und jetzt ist aber Folgendes passiert Mein Engelmann Jetzt hat er den genommen Und unten benommen liegen geblieben Was Und dann ist er wieder hoch Mit dem Kartoffelpüree am Korb Und so weiter Das sah ein bisschen albern aus Aber Dann hat er plötzlich Hat sie gesagt Hat er gesagt Oh Liebling Du hast mir mein Leibgericht gekocht Nein Durch den Schlag von hinten mit dem Teller Hat er sein Gedächtnis wiederbekommen Nein Das ist nicht dein Ernst jetzt Dass er hier leichte Schläge auf den Hühnerkopf erhöhen Das Denkvermögen Oder wie soll ich das verstehen Oh Es Es pütschert fast raus Nein Und ich dachte ja Dass er vielleicht Augengrippe auch hat Weil er so komisch immer geblinzelt hat Das ist doch jetzt das Letzte Was gerade rum geht Augengrippe ist das Stechwort Augengrippe Diese Hühnergrippe Das sowieso Da weiß man auch nicht Wenn Hühner das kriegen Ob es dann Hühneraugengrippe ist Oder Augenhühnergrippe Augengrippe Das ist doch doch Irgendeine Augengrippe Und da gibt das wahrscheinlich Hab ich mir gedacht Ja die meisten Blessuren bei der Augengrippe Sind ja jetzt mal sagen Die Die Folgeschäden Weißt du Wenn einer jetzt mal sagen Weil das wird ja wahrscheinlich Durch angucken übertragen Wie durch angucken Du kannst doch nicht durch angucken Krank werden Wie soll das denn gehen Ja wenn's Augengrippe ist Wahrscheinlich schon Und dann machen die Leute Die Augen zu Damit sie nicht sich anstecken Auf der Straße Dann laufen sie irgendwo gegen Und haben irgendwie Verstaurung Ditsche Bist du schon mal in deinem Leben Irgendwie krank geworden Weil du was angeguckt hast Ja aber bei Augengrippe Ist das so eine Spezialsache Und wenn das zum Beispiel Bei Fliegen Wenn jetzt mal sagen Insekten das bekommen Dann muss ja wahrscheinlich Eine Facette von Facettenauge Mehr als die Hälfte Das auch haben Damit man überhaupt Von einer Krankheit sprechen kann Oder was meinst du Krödi Klappe halten Du musst Feierabend Ich hab's Augengrippe Fliegen Wie sollen denn Fliegen Augengrippe kriegen Was soll das denn überhaupt Das gibt doch gar keinen Sinn Fliegen und Augengrippe Wenn dann werden ja alle betroffen Die Tiere Also Egal Egal